Hans Joachim Schaufuß war ein deutscher Schauspieler. Leben Schaufuß war der Sohn des Schauspielers Hans Hermann Schaufuß und der Bruder des Schauspielers Peter Tim Schaufuß. Er wurde vor allem schon als Kinderdarsteller durch eine Hauptrolle in der Erstverfilmung von Emil und die Detektive bekannt, in der er den Gustav mit der Hupe spielte. Im selben Jahr spielte er den Anton in Gottfried Reinhards Inszenierung von Erich Kästners Kinderromanpünktchen und Anton am Deutschen Theater, Berlin. Pünktchen war Hanamaron. Er starb Ende 1941 als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Zentralrussland. Filmografie 1931 Die Bräutigams Witwe 1931 Emil und die Detektive 1932 Der Weiße Dämon 1932 Peter Wurst der Millionendieb 1933 Brennendes Geheimnis 1933 1933 Der Zarewitsch 1934 Nisch geht über die Gemütlichkeit 1934 Annette im Paradies 1934 Die Töchter ihrer Exzellenz 1935 1936 Traumulus 1936 Stradivaris Schülergeige 1936 Stenka Rasin 1936 Spiel an Bord 1936 Der Bettelstudent 1938 1938 13 Mann und eine Kanone 1940 Fahrt ins Leben Ja Valentin 1937 Trainings 1937 217 217 218